Hallo Leute, herzlich willkommen auf den neuen Stando Gaming und heute spielen wir, wie ihr hier seht, den Einzelhandel-Trikun. Ich habe den in der vergangenen Zeit schon mal gespielt, wo ich auch noch diese Videos hatte, die nicht komplett in das Bild war. Also es ist schon ziemlich lange her, wo ich dieses Spiel hier gespielt habe und ich dachte mir, komm, spiele ich doch mal wieder das Spiel. Unter anderem seht ihr hier auch, was ich vorhabe, also hier ist so Essen und sowas. Ich weiß gar nicht, ob ich hier Sound habe. Ich habe tatsächlich keinen Sound an. Auf jeden Fall, hier seht ihr auch noch, dass hier der Boden so ungefähr ein bisschen angepasst wird. Hier sind halt so Spiele, kann man sagen. Ja, also hier halt so ein bisschen frierartige Dinge. Also ich habe so alles versucht ein bisschen einzurichten. Hier sind dann später Klamotten. Und später kann man dann hier auch noch hoch zu anderen Dingen. Ich bin auch gerade im Minus, wie ich sehe. Also, Genehmigungen. Laden, okay. Laderrampe 140 Liter. Warte, wo ist denn Fahrzeuge hier? Kleiner Kast. Spawn. Mit dem fahre ich jetzt einmal da runter. Also hier irgendwo runter, da. Und dann hole ich einmal tatsächlich die Ware. Was ist denn noch hier? Ja, die sind noch da. Okay, dann hole ich die auf jeden Fall. So, ich bin der Orangene. Okay, hier ist doch nichts. Hä? Warum steht denn hier Laderampe 0 Liter? Keine Ahnung. Ich habe keine Idee, warum. Egal, dann fahre ich mal wieder zurück. Jetzt sind wir den Weg ganz umsonst gefahren. Aber egal. Also ich habe jetzt wieder ein bisschen Plus gemacht. Oh, Minus 200. Und ey, was haben die denn jetzt bestellt? So. Warte, ich kann mal hier reingucken. Weil hier hinten ist der Arbeiter, der arbeitet hier und kauft tatsächlich Dinge. Also er hat jetzt irgendwie so Dings bestellt. Keine Ahnung. Ähm, gehen wir hier mal rein. Da hat irgendeiner gerade geklaut. Ey. Mhm, 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 mhm. Okay. Ähm, warum ist denn hier schon wieder Müll? Ja, die Kassen sind auch gut. Oh, ich habe jetzt fast 2K gemacht auf einmal. Aber es wird gleich alles wieder leer sein. Äh. So. Ähm. Was wollte ich denn jetzt? Regal auffüllen. Genau, das wollte ich. Äh, das brauche ich hier nicht auffüllen. Auffüllen, auffüllen. Auffüllen, auffüllen, auffüllen. Ja, also hier ist alles blau. Also hier ist gar nichts rot, ne? Wer klaut denn hier die ganze Zeit? Oh, Keyboards. Die sind fair. Mhm. Ja, aber sonst ist hier eigentlich alles erstmal voll. Ich könnte mir natürlich noch so ein Kleidungs-Dings holen. Wobei, da brauche ich auch ehrlich gesagt nichts. Aber Schuhe. Schuhe. Schuhe, Schuhe, Schuhe. Aber ich, habe ich hier nirgendwo, habe ich hier nirgends so Schuhe? Nee. Das heißt. Äh, Kundenservice, mein Regal. Hier. Äh. Warte, für was ist denn das? Ein Schinder und Kleinung zu Schau stellen. Ein Tisch um elektrisch hier. Mhm. Mhm. Nee. Äh. Ja, dann müsste das hier sein. Nee, nicht das. Nein. Warte, was? Es muss da auch irgendwo geben, wo ich... ...Dinger draufpacken kann. Warte. Wo ist denn hier... Achso, das hier ist das. Hä? Aber wo sind denn hier diese Schuhregale? Die Ware, die an dieser Wand hängt, ist leicht zu sehen. Ja, schön. Das will ich aber nicht. Ach, egal. Warum ist denn hier so viel Müll? Ich glaube, man müsste überall noch so Müll-Dings hinpacken. Was ich jetzt erst mal mache, ist... ...den Weg hier ein bisschen... ...plotten. Na, der müsste doch zu Hause sein hier. Nee, ist er nicht. Ah, das hier so. Okay, dann kann ich den bis... ...hier hin machen. Nee, das ist teuer. Na, ich mache den jetzt bis dahin. Perfekt. Dann würde ich sagen... ...gucke ich mal kurz... ...ja, da ist noch 67 drauf. Dann fahren wir jetzt einmal da hin. Gucken, ob da noch was drauf ist. Ups. 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 Gucken wir mal. So. Jetzt ist hier sogar schon 107. Ich habe eigentlich auch einen Mitarbeiter, der das holt. Ist das jetzt mal zu? Ja, jetzt. So. So. Dann fahren wir hier mal hoch. Also eigentlich ist hier fast alles schon automatisiert. Also hier muss ich eigentlich großartig gar nichts mehr tun. Deswegen. Das geht. Jetzt muss ich das hier einmal entladen. Zack. Reingeschmissen. Ah, jetzt ist hier mein Kollege sogar da. Ach, es ist ja wieder was dort. Dann fahren wir einmal wieder dahin. Ich habe gerade sehr wenig Geld, fällt mir auf. Aber egal. Dann fahren wir das einmal wieder dahin. Und dann sind wir auch wieder da. Und dann sind wir auch wieder da. So. Fertig. Gut, gut, gut. Ah, jetzt putzen die aber. Ah, nee, brauche ich ja gar nicht. Ähm, ich kann mal gucken. Arbeitskräfte. Ähm, Kassierer. Da sind gerade mal drei. Eins, zwei, drei. Hm. Ob vielleicht eine erst mal Pause macht. Die, der hier. Wobei. Nee, der arbeitet. Geh ich hin. So. Und dann würde ich sagen, damit beenden wir auch das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schreibt auch gerne was in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich auch sagen, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo. Ich bin so dumm. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt auch gerne was in den Kommentaren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Alter. Euer Stando. Ciao, ciao. Ciao, ciao.